Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Air Memories of Old. Wir stehen jetzt hier, ich vermute mal vor dem Schrein, vor dem zweiten Schrein dieses Spiels? Oder vielleicht auch wieder einer dieser Räume, die einen erstmal den Schlüssel liefern? Wir werden es gleich herausfinden. Okay, oder wir werden es später herausfinden. Hm. Also ich wollte ja wissen, was mit den Toren los ist, also was es damit auch sich hat, aber das war jetzt mysteriös. Jetzt leuchten die Tore. Es waren drei Stück. Hatte ich drei gefunden? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich kann mich an zwei erinnern. Aber mein Gedächtnis ist trügerisch. Vermutlich waren es drei. Also da hinten sehe ich noch eins. Und Nummer drei... ...müsste dann auch irgendwo da sein, denke ich, oder? Hier ist keins. Boah! Cool! Haben wir einen Gong geschlagen oder sowas? Vielleicht müssen wir durch alle Tore fliegen. Oh, wo war denn das dritte nochmal? Oh je. Hoffentlich kriege ich das hin. Ich fliege jetzt mit Absicht etwas vorsichtiger. Ich traue mich gar nicht mit... ...mit dem Flügelschlagen etwas schneller zu fliegen. Sonst verpasse ich das hier vielleicht. Ich weiß nicht, ob man alles auf einmal hinkriegen muss. Ohne abzusetzen. Also einmal ohne zu landen, meine ich. Was müsste hinkommen? Ah, sehr gut. Aber wo ist Nummer... Ach, da ist Nummer drei. Okay, da können wir ja mal mit dem Flügeln schlagen. Sonst dauert das hier zu lang. Und wir wollen ja nicht, dass ihr euch langweilt, ne? Komm, Auk. Wir düsen mal rüber. Oh je, ich glaube, wir sind zu schnell, kann das sein? Da war ich wieder zu selbstbewusst. Wir müssen ein bisschen mehr von hier. Und dann, glaube ich, etwas tiefer. So. Das müsste gehen. Huch, jetzt sind sie zu. Das habe ich gar nicht gemerkt. Sie sind zugegangen. Aber was haben wir damit jetzt bewirkt? Oh oh. Sie ist wieder... Sie ist wieder sehr schnell. Sie ist wieder zu schnell! Puh. Gut, dass hier diese Kante war. Aber wie komme ich jetzt... Na toll. Ich komme nicht hoch. Aha. Also war doch die Aufgabe, durch die Tore zu fliegen. Was sind das da für Dinger? Er hier scheint vor ihnen zu flüchten. Und sie sehen ein bisschen aus wie dieser schwarze Stein. Der überall rauskommt. Hier diese Ärmchen, die sie da haben. Mal gucken. Ich hoffe nur, dass hier bleibt ein friedliches Spiel. In gewisser Hinsicht. Ich möchte nicht von diesen Dingern gejagt werden. Wie ich schon sagte, ich... Erfreue mich an Spielen... Indem ich sie einfach erkunden kann. Ich brauche keine Herausforderung. Die größte Herausforderung sind eigentlich immer die Ladebildschirme. Wow. Hier sind wieder die schönen Partikel in der Luft. Das Herz des Waldes. Das klingt doch nach einem Level, nach einer Karte für mich. Ob es da hinten noch was gibt? Ich habe mich gar nicht so richtig umgesehen. Ich habe jetzt aber nichts entdeckt. Also gehen wir mal hier weiter. Ich mag die leuchtenden Steine. Gefällt mir. Das sieht nicht freundlich aus. Was ist das da drin? Da ist was drin. Ich hoffe, die Steine beschützen mich. Da hinten schwebt ein Fels. Was? Oh Gott. Oh mein Gott. Das sind Hirsch. Bist du das, Kara? Nein, das kann nicht stimmen. Wer bist du? Ich muss mich befreien. Ich bin schwach. Es liegt am Gestein. Es ist nicht von dieser Welt. Der Riss tiefer in der Höhle. Schließe ihn. Ist das Liefler? Der Hirsch? Das ist doch Liefler, ne? Okay, wir sollen einen Riss schließen. Ich vermute mal den da. Guck mal kurz erstmal, was hier unten ist. Vielleicht. Das brummt ja aber sehr bedrohlich. Hoffentlich kommen die Felsen nicht runter. Das wäre dezent unschön. Und die schweben immer auf derselben Höhe. Ich muss vermutlich nach und nach über die Felsen springen. Und mich so, ich schätze mal, darüber arbeiten. Oder so. Oder hier rüber. Ah, gerade verpasst. Na gut, warten wir auf den nächsten. Das ist wie mit dem Fahrstuhl. Der fährt auch immer erstmal nach oben oder nach unten. Wo ist der schnell? Der war schnell. Ja, der fährt eher mal erstmal nach oben oder unten. Nur nicht dahin, wo man hin will. Und ich glaube, wir hätten auf den da gemusst, ne? Nein, das war... Oh doch, es war... Oh. Ich dachte schon, das war eins zu früh. Da war ich etwas vorschnell. Aber es hat geklappt. Jetzt kann ich es benutzen. Juhu! Wir haben ihn befreit! Hoffentlich kommt jetzt nicht der Fels runter. Oh, die haben gestoppt. Okay. Aber so komme ich nicht rüber, wenn die stoppen, oder? Ah! Naja, so geht's auch. Gehen wir erstmal zu Liefla zurück. Vielleicht kann er uns hier erklären, was los ist. Du, du hast es geschafft. Ich fühle mich schon viel besser. Ich danke dir. Ich fürchtete schon, schwinden zu müssen. Korokus Schergen drang in mein Heim ein. Ihn verlangte es nach der Magie dieses Ortes. Ich kämpfte. Aber ich bin allein. Und sie waren viele. Wenigstens gelang es mir, das wichtigste Geheimnis zu bewahren. Das ist es, wonach du suchst, nicht wahr? Hier, nimm den Schlüssel. Es war meine Aufgabe, ihn zu beschützen. Und das habe ich auch getan. Ich danke dir, mein Kleines. Den Rest überlasse ich dir. Ich danke dir, mein Kleines. Gern geschehen. Das ging ja... Das war bedeutend einfacher, an den Schlüssel zu kommen. Der andere war ja mit so einem... sehr, sehr einfach Drehzel verbunden. Ich habe es superschnell gelöst. Aber willst du hier nicht rauskommen? Wahrscheinlich. Okay. Aber das war es wirklich schon? Das ist schon der zweite Schlüssel gewesen? Ich dachte, jetzt kommt hier noch ein großartiges... Ne, da oben waren wir. Ein großartig und total leichtes Rätsel. Das ich superschnell innerhalb weniger Sekunden lösen kann. Ich lasse mir nur immer Zeit. Ich muss euch auch die Möglichkeit geben, mitzuretzeln. Sonst wird es doch langweilig. Dann haben wir dieses Spiel hier in ein paar Minuten durch. Oh, ein bisschen dunkel. Nein, also ich weiß schon, ich habe mich nicht gerade mit rumbekleckert beim letzten Rätsel. Ah, da ist wieder unser Freund. Ah, meine Freundin. Was führt ein Vogel gen Osten? Noch dazu, um Liefla zu besuchen. Oh, also war der Schlüssel die ganze Zeit über bei ihm? Benutze ihn dort, wo er passt, weiter im Osten und ein wenig nördlich gelegen. Dort, wo auch ich wohne. Aber antworte mir dies. Warum führen die Tempel in die Tiefe, wo doch die Menschen den Himmel nach Antworten absuchen? Die Antwort will mir schon seit Jahrhunderten nicht einfallen. Aber nun gut. Menschen sind eben etwas Besonderes. Das ist eine gute Frage. Aber vielleicht, weil sie durch die Inseln hier nicht so viele Ressourcen hatten, um nach oben zu bauen? Hm, wer weiß. Dem hier können wir leider nicht mehr helfen. Warum auch immer ihn diese Sachen da bedrohen? Also das ging jetzt wirklich verhältnismäßig schnell. Ich frage mich, was dann hier noch kommt. Es ist ja nur noch ein Schlüssel, wenn ich das richtig verstanden habe. Drei Schlüssel, um den Leuchtturm zu bedienen, oder? Ach, nein, wieso? Ich bin anscheinend am Baum hängen geblieben. Hm, wo fliegen wir denn jetzt als nächstes hin? Hm, war ich hier eigentlich schon mal? Da war doch in der Ferne dieses große Gebilde, oder? Was ist das? Achso, einer wirft Ströme. Wo war denn dieses Konstrukt nochmal? Ich mach' jetzt mal richtig Highspeed hier. Ah, kleine Krabben. Wieso rennt immer alles von mir weg? Ihr komischer weiß er nicht. Hier ist schön. Hier gefällt's mir. Waren wir hier schon mal? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier ist wieder eine Vogelstation. Hm. Drei Schriften. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Was ist das da? Oh nein. Ich schon wieder. Manu. Ein Wegweiser kurz vorm Abgrund. Wer macht denn sowas? Wer macht sowas? Teil drei? Ich glaube, hier waren wir schon. Ja. Das ist die Geschichte von Aram. Oh. Kann ich nicht skippen? Okay, hier waren wir schon mal. Arams Geschichte hatten wir schon gelesen. Dann müssen wir ein bisschen so in die Richtung. Aber wo ist dieses riesige Gebilde, das ich gesehen hatte? Also, es war keine Wolkenformation. Dafür war es zu geradlinig. Da hinten leuchtet wieder was. Ich würde fast sagen, wir sind ja ohnehin schon wieder mit der Zeit voll. Ich würde diese Folge tatsächlich mal in den Lüften beenden. Ganz spektakulär. In der nächsten Folge sind wir dann schon beim Leuchtturm. Bis dahin. Ciao.